Aber es gibt noch viel mehr, was gute Laune macht. Wir haben jede Menge davon für euch im Gepäck. Und ich hoffe, ihr habt heute nichts vorgenommen. Ihr habt noch ein bisschen Zeit mitgebracht. Wie sieht es aus Chemnitz? Denn, ich sag euch eins, diese Uhr entscheidet, wie lange wir spielen. Ja, das ist eine Funkuhr. Wir haben noch ein viel größeres Exemplar hier oben drüber. Das zählt aber nicht. Das ist die amtliche Uhr. Und die steht schon seit gestern auf 18 Uhr. Das heißt, die Party wird nie enden, Freunde. Wenn ihr genug Zeit mitgebracht habt, dann brauchen wir jetzt noch mal eure Unterstützung. Seid so nett. Wir machen nämlich eine kleine Zeitreise ins Jahr 1959. Und dazu brauchen wir eure Hände. Wo sind die Hände in Chemnitz? Hände nach oben, Hände nach oben, Hände nach oben, Hände nach oben, Hände nach oben. Ja, sind noch nicht alle Hände. Ich zähl kurz durch, da fehlen noch zwei. Sehr schön. Und jetzt mal der Rhythmus.